So, hallo! Heute möchten wir euch was Neues zeigen. Der eine oder andere kennt es schon, wir haben jetzt eine neue Wolle von Atelier Zitron, die wir fährten und zwar ist es dieses Understatement Gun. Jetzt, Understatement, was ist da drin? Also ein Understatement, das ist was ganz Besonderes. Das ist, ich zeige euch mal, das sieht so aus, schön, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Wolle, die besteht aus 30% Schuhrwolle, also Merino-Anteil, dann 30% Seide, Maulbeer-Haspel-Seide, um ganz genau zu sein und aus 40% Tencel. Was ist jetzt Tencel? Tencel ist also eine Marke, die im Prinzip ist es Lyocell auch genannt, wenn ihr bei Wikipedia nochmal nachschaut und das wird aus Buche gemacht und zwar aus Fasern der Buche. Die werden ganz, ganz fein gemacht und das ist, in diesem Fall ist es sogar österreichische Buche und die ist, das kann man sich so vorstellen, so eine Art wie Viskose ist es, aber das ist, wie gesagt, hier etwas aus heimischen Bäumen, also nicht irgendwo importiert von was weiß ich woher und das ist ganz sanft. Jetzt zeige ich euch mal verschiedene Wolle, also wie diese Stränge, was wir machen, das ist ja hier eine Krone, also hier ist eine Krone und da ist wie gesagt hier jede Menge drauf, machen wir weg und wenn man jetzt zum Beispiel hier 100 Gramm macht, das ist also das hier, das leuchtet richtig schön. Das ist jetzt also hier die Rohwolle, die wir färben. Wir haben da auch noch eine kleinere Version davon und zwar 450 Gramm, das heißt, wenn man jetzt was für das Baby machen möchte oder so, besonders schön anschmiegsam sein soll, dann können wir das da machen. So und wie sieht so was gefärbt aus? Da haben wir natürlich ein paar schon da und zwar habe ich hier vier Stränge, ich hebe die mal alle zusammen hoch, weil da kann man jetzt zum Beispiel aus diesen vier Strängen kann man was Schönes machen, dass man Farbverlauf hinkriegt. Also jetzt mal hier gerade, dass das mal etwas genauer zu sehen ist, es hat den Markip gefärbt, das ist richtig, schöne, wunderbar, anschmiegsame Wolle, ganz toll, dieses Understatement von uns, von Wundervoll bis und es ist die Rohwolle vom Atelier Zitron, also was wirklich tolles und die Wolle vom Atelier Zitron, da muss man mal was sagen dazu, die ist Ökotex zertifiziert und zwar Ökotex 100 und zwar Klasse 1 ist das beste, was es gibt eigentlich und wir färben das selbst, damit es eine schöne Farbe gibt. Und jetzt zeige ich euch noch was und das hat hier dieser junge Mann, der hat einen Schal an, das hat die Margit für mich schon gemacht, also das, gib es mal her, er will es nicht hergeben, ja ich darf, also ich darf, okay komm her, so also das ist jetzt hier ein schöner Schal, guck mal und das, der ist noch nicht vernäht, das ist ganz neu, weil die Wolle gibt es noch nicht so lang, ja du kriegst sie wieder, okay gut, so Kompagnon, so also wir beide, wir beide danken für das Interesse an an der neuen Wolle, die wir hatten, an das Statement und die gibt es bei www.wundervoll.bis-shop und gibt es demnächst und wir haben die aber auch schon, verkaufen die schon da noch ein bisschen, dass die alle drin ist und er freut sich schon mal, also tschüss und danke fürs Zuhören. Vielen Dank.